Die Ausschreitungen in Frankreich finden aktuell einfach kein Ende. Das Ganze schwappt auch schon ein bisschen in andere Länder über. So sieht man zum Beispiel auch schon in Brüssel und Straßburg teilweise brennende Autos und Plündereien. Und das Ganze hat natürlich seinen guten Grund. Wir alle wissen, was das fundamentale, große, dahinterliegende Problem ist. Und die rechten Parteien, also die bösen Parteien, die demokratiefeindlichen Parteien, haben ja immer davor gewarnt, dass so etwas einmal passieren könnte. Und vor allem, dass wir hier in Mitteleuropa auf einem Pulverfass sitzen. Vor allem kulturell und innenpolitisch, sicherheitspolitisch. Und anstatt, dass man sich jetzt einmal so weit entwickelt, vor allem eben auch aus Mainstream-Sicht, dass man sagt, ja, okay, da hatten halt die rechten Parteien dann doch recht, passiert genau das Gegenteil. Nämlich das Framing wird noch einmal angekurbelt und man versucht auch sicherzustellen, dass in Zukunft diese rechten Parteien nicht noch mehr Zuwachs bekommen. Und wie macht man das am besten? Ganz einfach, indem man die Jugend, die Kinder ordentlich Gehirn wäscht. Und wie erreicht man Kinder am besten? Nun durch die Schule oder Kindersendungen. Das ist natürlich dann noch einmal extra und besonders perfide. In den Schulen sehen wir es schon seit vielen, vielen Jahren. Das war ja in meiner Schulzeit schon so, dass es ganz, ganz eindeutig politisch Meinungsmache gegeben hat, politische Manipulation von Lehrern stattgefunden hat. Das ist für mich persönlich nichts Neues, weil ich es schon selbst am eigenen Leib erfahren musste. Aber dass jetzt auch Kindersendungen manipulierend unterwegs sind und versuchen Stimmung zu machen, um den Kinderleben einzureden, was gut und was böse ist, das ist schon extra perfide. Und da kann ich nur sagen, liebe Eltern da draußen, passt auf euren Nachwuchs auf, denn der Fernseher ist nicht mehr sicher, auch nicht mehr für Kinder. Und dafür möchte ich euch ganz kurz einen Ausschnitt zeigen aus einer Kindersendung. Da stellt es euch die Haare zu Berge. Und wie ihr es euch vermutlich schon gedacht habt, geht es natürlich um die Alternative für Deutschland. Es geht um eine Sendung in dem Fernsehsender Kika, der ja eigentlich ein reiner Kindersender sein sollte. Und das Ganze wird veranstaltet von ARD und ZDF. Es ist also öffentlich-rechtlich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, schauen wir uns kurz gemeinsam an, was ihren Kindern hier mit ihren Zwangsgebühren so vermittelt wird. Die Partei AfD sieht viele Dinge sehr anders als andere Parteien. Gerade in Thüringen haben einige Mitglieder der AfD rechtsextreme Ansichten. Rechtsextreme sind zum Beispiel der Meinung, dass Menschen mit anderer Hautfarbe oder Religion weniger wert sind. Rechtsextreme sind auch gegen Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind, weil sie fliehen mussten oder weil sie hier arbeiten wollen. Rechtsextreme finden, die sollen weg aus Deutschland. Außerdem reden einige AfD-Mitglieder immer wieder schlecht über das politische System in Deutschland. Und sie versuchen offenbar, die Deutschen wütend darauf zu machen. Viele finden das gefährlich. Klar ist, längst nicht alle Menschen, die die AfD wählen, sind rechtsextrem oder finden alles gut, was die AfD will oder sagt. Viele wählen sie auch aus Protest, weil sie enttäuscht sind von den anderen Parteien und wollen, dass die sich mehr um ihre Probleme kümmern. Andere erschreckt es, dass so viele Wähler bereit sind, der AfD ihre Stimme zu geben und nun sogar ein Politiker der AfD Landrat werden konnte. Sie haben die Sorge, dass die AfD in Zukunft immer mehr Ämter bekommen könnte und so auch Leute mit rechtsextremen Ansichten in Deutschland immer mehr Macht bekommen und bestimmen dürfen. Also ich glaube, es wird ziemlich deutlich, was ARD und ZDF hier versuchen. Man versucht, den kindlichen Köpfen die Assoziation einzupflanzen zwischen AfD und Rechtsextremismus. Das soll schon ganz, ganz früh klar sein, dass das nicht gut ist, wenn man das wählt. Denn die AfD, die sei ja generell und prinzipiell einfach gegen alle Menschen, die nach Deutschland kommen. Es wird also nicht tiefer eingegangen, woher denn das Problem von massiver Einwanderung kommt. Und diese AfDler würden am Ende sogar noch das bestehende politische System kritisieren. Und das ist auch schlecht. Also hier passiert noch etwas. Man versucht nämlich auch den Kindern einzureden, dass das bestehende Polizsystem ja sehr wohl absolut zu akzeptieren wäre und nicht kritikfähig wäre. Also man darf nicht das bestehende politische System kritisieren, sonst ist man ein rechtsextremer AfDler. Auch das wird hier in die kindlichen Köpfe eingepflanzt. Dann gab es natürlich den obligatorischen Satz, dass nicht alle AfD-Wähler rechtsextrem wären. Aber trotzdem hat man sofort danach wieder dieses Bild dargestellt. Ihr habt es ja gesehen von vielen Menschen und ein paar wenigen. Und diese vielen haben Angst davor, dass die AfD immer stärker wird. Also es wird ganz, ganz klare Meinungsmache betrieben. Und es wird ganz, ganz klar die Assoziation erschaffen, dass Rechtsextremismus und AfD, dass das eine Sache ist und dass man da wirklich sich fürchten muss vor dieser AfD. Im Übrigen fand ich es auch interessant, dass sie gemeint haben, ja diese AfDler, die haben Angst oder die wollen nicht, dass Menschen nach Deutschland kommen, die Schutz suchen oder die Arbeiten gehen wollen. Also das, was die absolute Minderheit der Migranten nach Deutschland betrifft. Auch das ist nichts anderes als Polemik, Populismus, um nun Meinungsmache bei der jungen Generation zu betreiben, damit man auch in Zukunft sicherstellen kann, dass das Framing sehr gut geteilen kann, wenn es gegen rechte Parteien geht. Und mir ist dann in diesem Zusammenhang noch etwas spontan eingefallen, und zwar dieser Artikel vom ZDF aus dem März diesen Jahres, wo ja das ZDF gemeint hat, es sei doch gar kein Staatsfernsehen, es würde niemals im Sinne der Regierung vermitteln und berichten, sondern es sei von der öffentlichen Gesellschaft kontrolliert. Ja, das merkt man dann vor allem bei solchen Kinderpropagandasendungen doch ganz deutlich, ja. Wie unabhängig von der Regierung dieses Staatsfernsehen ist, wenn es doch hier doch tatsächlich heißt, also es ist böse, wenn man das bestehende Polizsystem kritisiert. Ja, ja, genau. So funktioniert nämlich unabhängiger Journalismus. Und das Ganze passt, wie gesagt, einfach perfekt zu der Thematik, was aktuell im Westen Europas passiert mit diesen Ausschreitungen. Das passt alles zu dem Thema, was aktuell in Deutschland und in Österreich passiert, mit Gruppenvergewaltigungen, mit Messerstechereien, mit Plündereien, mit Übergriffen und so weiter, mit Migrantenkriminalität im Allgemeinen. Weil natürlich aktuell, wie wir alle wissen, FPÖ und AfD einfach sehr erstarken. Und das hat natürlich auch seinen guten Grund. Und man versucht hier gegenzusteuern, wenn man es schon nicht in der aktuellen Generation machen kann, dann versucht man es halt jetzt schon beim Nachwuchs hier einen Nährboden vorzubereiten, dass man auch in Zukunft das Ganze wieder zu Tode framen kann. Das Problem ist nur, wenn das funktionieren sollte, dann werden diese Bilder aus Paris auch sehr bald in Berlin oder in Wien zu sehen sein. Und dann bin ich gespannt, wie lange man diese billige politische Manipulation noch aufrechterhalten kann. Das Problem ist nur, das kann vermutlich relativ lange gehen, so wie ich die Menschen in den letzten Jahren kennenlernen musste. Jetzt würde mich noch von euch interessieren, was sagt ihr zu solchen Kindersendungen? Und wie geht ihr, vor allem wenn ihr Eltern seid, mit so etwas um, wenn ihr wisst, dass so etwas stattfindet, wenn so etwas zu sehen ist im öffentlich-rechtlichen Kinderfernsehen? Ich finde das persönlich absolut perfide, dass man hier wirklich versucht, sich politisch und ideologisch an den Kindern zu vergreifen. Und mich würde wirklich interessieren, habt ihr da irgendwelche bestimmten Schritte, die ihr dagegen vornehmt? Und wir sehen das auch die Kinderlosen da draußen, wenn man versucht, den Nachwuchs ganz klar politisch zu polen. Bitte sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch ansonsten wie immer alles Gute. Abonniert mich noch sehr gerne hier auf YouTube, schaut unbedingt bei Telegram vorbei und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.